Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute ist ein Tag, an dem deine philanthropische Natur hell erstrahlt, Fische. Deine angeborene Neigung, dich um andere zu kümmern und ihnen zu helfen, drängt dich vielleicht dazu, Gutes zu tun und Freundlichkeit zu zeigen. Diese mitfühlende Seite von dir ist zwar bewundernswert, aber du musst aufpassen, dass sie nicht deine eigene Lebenskraft erschöpft. Denke daran, ein Gleichgewicht zwischen der Hilfe für andere und der Fürsorge für dich selbst zu finden. Biete Rat und Unterstützung an, aber erkenne auch an, dass du nicht für die Handlungen anderer verantwortlich bist. Gib Informationen und Hilfestellungen, aber lass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten treffen. Eine sportliche Betätigung vor dem Start in den Tag kann dir sehr helfen, vor allem in Bezug auf die Kommunikation. Aktivitäten wie Joggen, Workouts vor dem Morgengrauen oder sogar der Gang zur Arbeit können helfen, Kommunikationsschwierigkeiten zu überwinden. Körperliche Bewegung kann deine Energie steigern, deine Stimmung verbessern und dein allgemeines Wohlbefinden steigern, was sich sowohl auf dein Privat- als auch auf dein Berufsleben positiv auswirkt. Nutze das derzeitige kosmische Klima, um solche Verpflichtungen mit dir selbst auszuhandeln und dem Wohlbefinden deines Körpers Priorität einzuräumen. Wenn du dich über deinen Job, deine Kolleginnen und Kollegen oder deinen Arbeitgeber beschwerst, nimm dir einen Moment Zeit, um dankbar zu sein, dass du überhaupt einen Job hast. Eine Beschäftigung bietet Stabilität, Chancen und ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Wenn du derzeit arbeitslos bist, glaube und vertraue darauf, dass sich bald eine neue Arbeitsmöglichkeit ergeben wird. Bleibe positiv eingestellt und sei offen für neue Möglichkeiten. Liebe und Wissen sind heute eng miteinander verwoben, wie der himmlische Aspekt zeigt. Wenn du bei jemandem Eindruck schinden willst, solltest du deinen Horizont erweitern und dein Wissen über verschiedene Themen vertiefen. Gut informiert und in der Lage zu sein, bestimmte Themen mit Sachverstand zu diskutieren, kann sehr ansprechend und beeindruckend sein. Wenn du dich der persönlichen Entwicklung und dem Lernen widmest, wirst du nicht nur in deinem Liebesleben Wunder bewirken, sondern auch bedeutungsvolle Gespräche und Beziehungen führen können. Während du durch die kosmischen Strömungen navigierst, wirst du auf eine tiefgreifende emotionale Prüfung stoßen, die den Schlüssel zu deinem persönlichen Wachstum und deiner spirituellen Entwicklung enthält. Nimm diese Gelegenheit mit offenem Herzen an, denn in den Tiefen dieser Herausforderung wartet transformative Kraft auf dich. Vertraue auf deine angeborene Stärke und Intuition, die dich durch das Labyrinth der Gefühle führen. Erinnere dich daran, dass das Universum zu deinen Gunsten arbeitet. Wenn du diese emotionale Prüfung meisterst, wirst du als ein erleuchteteres und stärkeres Wesen hervorgehen, das bereit ist, die grenzenlosen Wunder zu erleben, die auf deiner himmlischen Reise vor dir liegen. Heute könnten deine Gedanken und Gefühle Vorrang vor Logik und Worten haben. Vielleicht drückst du deine Gefühle und Empfindungen aus, ohne dass du sie verbal erklären musst. Das kann jedoch zu Konflikten führen, wenn andere deine unausgesprochenen Gefühle nicht verstehen. Es ist wichtig, dass du lernst, deine Gefühle anzunehmen und den Mut zu finden, deine persönlichen Wahrheiten auszusprechen. Ehrliche und offene Kommunikation ist entscheidend für den Aufbau echter Beziehungen und die Förderung des emotionalen Wohlbefindens. Nimm deine Gefühle an und stelle dich der Herausforderung, deine Gedanken mitzuteilen, denn du weißt, dass dies ein notwendiger Schritt auf deinem Weg der persönlichen Entwicklung und spirituellen Evolution ist. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die 9 der Münzen steht für Überfluss, Selbstgenügsamkeit und den Genuss der Früchte deiner Arbeit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute in einem Zustand materieller und finanzieller Sicherheit befinden könntest. Sie steht für eine Zeit der Unabhängigkeit, des Luxus und der Zufriedenheit, die sich aus deiner harten Arbeit ergibt. Die 9 der Münzen ermutigt dich, die Fülle und den Segen zu schätzen, die dich umgeben. Sie erinnert dich daran, die Früchte deiner Arbeit zu genießen und stolz auf deine Leistungen zu sein. Diese Karte lädt dich dazu ein, dich selbst zu versorgen und den Freuden des Lebens zu frönen. Neben der 9 der Münzen haben wir die 4 der Kirche. Diese Karte steht für Selbstbetrachtung, Kontemplation und ein Gefühl der Unzufriedenheit. Sie steht für eine Zeit des Nachdenkens, des Hinterfragens und der Notwendigkeit, deine aktuellen Umstände neu zu bewerten. Die 4 der Kirche lädt dich dazu ein, einen Schritt zurückzutreten und dein emotionales Wohlbefinden und deine allgemeine Zufriedenheit zu überprüfen. Sie deutet darauf hin, dass in deinem Leben vielleicht ein Gefühl der Langeweile oder Selbstzufriedenheit herrscht. Diese Karte zeigt dir, wie wichtig es ist, neue Perspektiven zu suchen, Dankbarkeit zu empfinden und offen für neue Möglichkeiten zu sein. Die 9 der Münzen und die 4 der Kirche bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Die 9 der Münzen betont den Überfluss und die Selbstversorgung, während die 4 der Kirche die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenkt, in sich zu gehen und neue Quellen der Erfüllung zu finden. Mach dir heute die Energie der 9 der Münzen zu eigen, indem du die Fülle in deinem Leben zu schätzen weißt. Freue dich über die Früchte deiner harten Arbeit und gönne dir den Luxus, der dir Freude bereitet. Mach dir ein Gefühl der Selbstgenügsarmkeit zu eigen und genieße die Befriedigung, die du aus deinen Erfolgen ziehst. Gleichzeitig solltest du dich mit der Energie der 4 der Kirche auseinandersetzen, indem du dir Zeit für Selbstreflexion und Kontemplation nimmst. Untersuche dein emotionales Wohlbefinden und erforsche Bereiche, in denen du unzufrieden bist. Suche nach neuen Perspektiven und sei offen für die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Diese Deutung steht für einen Tag der Fülle, der Selbstbeobachtung und des Strebens nach neuer Erfüllung. Mach dir die Energie der 9 der Münzen zu eigen, indem du die Belohnungen deiner Bemühungen genießt. Nutze die transformativen Qualitäten der 4 der Kirche, wenn du über deine aktuellen Umstände nachdenkst und nach neuen Quellen der Zufriedenheit suchst. Erinnere dich daran, die Fülle in deinem Leben zu schätzen und dich an den Belohnungen für deine harte Arbeit zu erfreuen. Sei offen für neue Perspektiven und Möglichkeiten des Wachstums. Wenn du die Qualitäten der 9 der Münzen und der 4 der Kirche kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit, der Selbstbeobachtung und dem Potenzial, neue Quellen der Erfüllung und Zufriedenheit zu finden, bewältigen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017